Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim hier auf meinem Kanal und ich und Darko sind bereit uns dem Knochen anzustellen wenn das Boot stehen bleibt und sich drehen würde Dreh dich und ab geht er! Darko ist gerade noch AFK und da ist er ein Code reparieren habe ich noch geschrieben, aber du hast mich nicht gedacht Ähm ich ja egal. Das hat durch den Raid ordentlich Damage bekommen. Ja dann fahren wir noch kurz zurück, Aufnahme ist gerade auch schon an Hammer liegt in der Kiste musst du dann mal rüberjumpen Ähm, was war das? Ja hier ist kein Stein! Ich weiß, in unsichtbarer Block, das passiert mir auch häufig Da ist bei mir noch nicht Wurf gedeckt Hast du bei mir meinen Schatz gesehen? Ja habe ich Hast du den eingesammelt? Komme ich nicht an, habe ich schon versucht So, im Viertel war weg und ich kann gleich wieder reparieren glaube ich Oh, da Alter, ich bin Profi im Wikingerboot fahren, siehst du doch Hoch unten kommt Bonnenfall Bekanntermaßen Alles noch Sagte er und das Boot bekam keinen Schaden Ein Stückchen noch, ein Stückchen noch, dreh dich! So 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 dann Hast du heute wenig viel Luft auf dem Botskampf? Oh, mal schauen Ey komm, das muss sein, wir haben uns nicht zu lange Zeit gelassen nach dem Uralt, ne? Welche Folge ist das jetzt eigentlich? Ähm, das ist Folge 58 Genau Ey, passt, wir sind ja eigentlich dann zwei Folgen vom Sold Ja, wir müssen jetzt erstmal da hinkommen Die Frage ist, ob wir da allgemein mit dem Boot hinkommen oder auch noch zu Fuß hinwandern müssen Weil Überall Festland und so Ein sumpfiges Festland Und so Ja, bis jetzt kommt hier nur wieder Dunkelwald Wir werden mal echt Ähm WM Guck mal auf die Map Ach, du hast dir den ja noch gar nicht markiert Aktuell fahren wir vom Knochenpfanz wieder weg Ja Wär's vielleicht schöner gewesen, wenn du da vorher Durch den Fluss, wo das alte Portal stand Durchgefahren wärst Ähm Ne Er hat auch nix gebracht Da werden wir auch wieder in die entgegengesetzte Richtung gefahren Also immer wieder weg vom Knochen-Heini Hm Hm Ja, dazu geh mal zu Fuß Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit das denn ist Baume unterwegs, ne Hammer Äh, zwei Betten Ne provisorische Hütte Ich will, dass wir dann in der Nähe dort einen Sportpunkt setzen Falls Mobs gehen sollten Habe ich nicht vor eigentlich Ne, du lässt wieder andere sterben Du bist halt dein Laufbursche Du bist halt dein Laufbursche Jetzt ist die Frage hier Hier Daco Geh ins Schruder Du kannst da besser durchmanivrieren Bei den Endesmanöverbrücken was Ich frage jetzt, ob das überhaupt ein Fluss ist Wenden wird bei dem Radius schwierig Es ist ein Fluss auf jeden Fall Ey, du willst mich doch verarschen, oder? Ist hier ne kleine Popelinsel zur Rechten Hätten wir Ja, weil ist nix aufgedeckt Ganz ehrlich, da hätte ich das gewusst Hätten wir auch rumfahren können Boah, geht doch schneller Das ist wirklich nur ne kleine Popelinsel hier Das ist wirklich nur ne kleine Popelinsel hier Aber ne Coole, da hast du kein Problem mit Mobs Ähm, wir müssen dann links rum Ja, kann eh wieder gehen Also Nix neues Du fängst an zu frieren Du fängst an zu frieren Ups, da sind Steine Ja, Hammer und Werkbanken sind schnell gebaut Das Boot kann man auch unterwegs reparieren Das sind nur 13 Holz und 2 Steine, die wir da brauchen Aber Es ist ehrlich, lieber ist es dunkel, als dass es wieder dieser scheiß Sturm ist Außerdem haben wir hier nen Fast kaputten Hammer drin Ich bin noch nie in der Ego gefahren Mache ich jetzt einfach mal Ja Auch ganz nice Auch ganz nice Ach, wenn du mit dem Rad richtig ranskrollst Oder ne richtige Ego halt Naja Über Schulter Okay Sonst suche ich beim Burg fahren immer ganz raus Mh, das mach ich auch, selbst wenn ich noch als Gast dabei bin So, in die Richtung mussten wir jetzt eigentlich immer geradeaus durchfahren Dann müsste man da rankommen Gibt nur leider keine Draht aus Gibt nur leider keine Draht aus Das ist die Wurzel von Brasil Das ist ja auch ne coole Idee, wenn der Boss dort ist, wo die Wurzel ist Oder wo eine Wurzel ist Ich würde gerne mal ganz in den Norden und ganz in den Süden fahren mit die Biome angucken Weil die noch nicht fertig sind, oder? Fertig sind sie, aber da ist noch nichts großartig rein implementiert Das spawnen nur bis jetzt eine bestimmte Mopsorte Mh Ich werde hier erstmal einen Cut setzen, das ist sonst zu langweilig Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü bi Sumpf eingekommen Und auf der Minimaps sehe ich das halt auch schon Bisschen nicht da Alter Mein Blut gibt es nicht Bisschen nicht Hast du dich angeknabbert? Ne Okay. Ich umgehe den Schleimling einfach mal eiskalt. Der sieht mir nicht gesund aus. Dago, wollen wir eine Runde grillen? Holy, hier ist der Beschwurrungsaltar für den Knochenwanst. Sieht aber richtig geil aus, wenn man es mal so nimmt. Und hier ist Wasser, ach nee. Das heißt, wir haben es auch noch mit dem Blutekel zu tun im Nachhinein. Ach, mach mal, bevor du ihn beschwörst. Nee, ich beschwöre ihn jetzt nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Wo sollen wir uns ausmachen? Ich müsste jetzt eigentlich noch mindestens 5 Minuten aufnehmen. Dann machen wir eine Feuerding, so bummst er mal weg. Okay. Das stört wahrscheinlich sonst nur. Ist das wie ein Spawner eigentlich? Ach, links ist übrigens noch eine Krypta. Ja, die ist aber zu, ich habe keinen Schlüssel dabei. Das ist scheinbar kein Spawner. Ich bin vergiftet. Du willst mich doch verarschen. Wegen dem hässlichen Schleimling. Wie macht man das kaputt? Gar nicht. Ach so. Oh, Gift ist vorbei. Gut. Der Schleimling macht aber dir mehr Damage als die normalen. Das war auch ein besserer. Das ist wie mit den Skeletten, die mit den gelben Augen sind normal. Blaue Augen, grüne Augen sind dann die härteren. Und genauso ist das mit diesen Wanstling-Heinis da, die uns immer gerne mal zu Hause besuchen. Jawohl, nee, Krypte habe ich jetzt keine Lust. Wir haben gar keinen Schlüssel dabei. Ich habe keinen Schlüssel dabei. Warum? Weil ich immer einen mit habe, seit wir den Bus besucht haben. Den habe ich nie abgelegt. Oh, wir können aber mal hier in die Ruine gehen. Und da ist schon die nächste Krypto. Wie ist denn, sage ich jetzt nicht an? So. Schon erledigt. Äh, Giste, 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 Giste. Gib es keiner. Schade, schade. Ich will, dass Darkman gegen so ein Geist hier kämpft. Von der Existenz ich immer noch nicht überzeugt bin. Da oben. Wohin. Ähm, ja, das ist einer. Von denen kriegst du diese Ketten. Von denen kriegt man halt die Ketten. Siehst du, jetzt hast du immer so einen Geist gesehen. So, na dann, lass mal zurückgehen. Denn so wie es aussieht, wird es hier gerade, äh, Tag. Und dann können wir auch am, in der nächsten Folge am Tag den Kampf bestreiten, ne? Doch, wenn ich hier erste Morgen gehe, ne? Ja, heute nicht mehr. Ja, ich... Na doch, morgen. Äh, da war der Kopf. Warum gehe ich ins Wasser? Das sieht halt schon geil aus. Obwohl, den Stein werde ich aber nochmal berühren. Warte, warte. Runstein lesen. Ähm... Seide ihrer Überreste. Okay. Dann nochmal kurz was snacken. Ähm... Ich könnte sogar... Gehst du da mal rein? Nee. Doch, bitte. Tschüss für mich. Nö. Geh doch selber rein. Nee. Warum? Hast Angst, du stirbst? Ja. Ach! Außer dem der Wissenschaftler schickt immer seine Assistenten rein, also. Äh... Das ist so dämlich. Vor allem, du kriegst einfach unbewaffnet Skillpunkte, wenn du das die ganze Zeit machst. Stimmt. Verbessern unbewaffnet 10 habe ich gehabt bekommen. So, na gut. Ähm, dann werden wir in der nächsten Folge den Knochenwanz beschwören und Darko wird sich in die gelbe-grüne Brühe reinsetzen. Oder auch nicht. Und eventuell selber zum Knochenwanz werden. Ich würde mich mal ganz kurz... Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar dancer till I drop My life is just hard if my home is the club My stage is the dance, your party never stops